Ich selber habe ich noch nicht geblendet, ich halte mir das noch offen, meine Doktorarbeit liegt auch schon wieder ein bisschen zurück, aber je öfter ich mir das angucke, denke ich so, hm, vielleicht sollte ich das jetzt auch nochmal aufbereiten. Und wenn mal einer zu wenig ist, kann es gut sein, dass ich es selbst mitmache.